Kapitel 11. Altes Schlachtfeld. Ja, ja. Ja, Pixi. Du hast wohl deine Chance jetzt verspielt, he? Ja, ja. Es gibt schon Zeichen. Okay. Etwas fehlt uns jetzt noch. Eine Energiezelle. Und die finden wir dort. Oh. Oh, da gibt's aber viel Munition. Oh Mann. Dann geht's jetzt bestimmt gleich ab. Alles klar. Ich hab da gleich mal Orbs gesehen. Wo waren die? Hallo? Ich hab sie hier irgendwo gesehen. Hä? Verschwunden. Oder hier oben? Ne, komm ich gar nicht hoch. Hä? Hey, ich hab doch Orbs so rumfliegen sehen. Ah, da sind sie doch. Danke. Neue Upgrades erhältlich. Oh, mal schauen. Und bevor's hier abgeht, könnte ich schon mal ein bisschen mein Stab vielleicht verbessern. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Feuerrate. Plasmaschüsse gehen glatt durch die Gegner durch und können weitere Gegner treffen. Oh. Behört die Dauer für Gegner. Ja, das ist nicht schlecht. Und dann erhöht ein Maximum Munition. Munition mehr. Behört die Feuerrate. Ja. Und ich würd sagen, gleich nochmal. Ne. Dann schauen wir mal hier. Was kann ich hier verbessern? Jawoll. Dann hab ich das jetzt vollkommen ausgerüstet und ich müsste jetzt gleich blablam. Oder? Ne, doch nicht. Ich dachte, es gibt ein Trophy dafür. Ich hab das überall nur so von Max. Ich geb euch von hier oben Deckung. Okay. Da sind sie. Ich entkomme. Hab allen. Da ist sie ja. Meine Trophäe. Boah. Wie sind denn das? Ich muss erst mal da rüber. Wuhu. Du bist ja richtig gut hier. Ey, ich treff den gar nicht. Oh, das war klar, dass das jetzt kommt. Ähm. Boom. Ah, ein Schuss und die sind kaputt. Ja, ja. Freu dich. Auf den Dauerlutscher echt. Boom. Kopfschuss. Boom. Nochmal einer. Oh, der sucht. Fünf. Mann. Ich bin so gut. Wie viel hast du denn, Monkey? Vier. Bis jetzt. Ah, da oben ist auch noch einer. Boah. Sechs. Oho. Halt die Knappe, sonst laufe ich über. Boah. Ah, komm schon. Wo läuft er denn hin? Ach, egal. Oh, ich hab keine Munition mehr. So was sagt man, echte Loser. Stimmt's, Tripp? Oh, Mann. Okay, warte. Schieß mal ein paar mehr ab. Komm mir nicht so vor, dass du irgendwelche abknallst. Okay. Meine Deckung ist hin. Äh. Okay. Ah. Was? Ich hab den nicht getroffen? Okay, nochmal. Hier. Und hier. Und. Tschüss. Und du? Hier. Und hier. Und tschüss. Boah. Mist. Wo sind die denn? Mahn, Hilfe. Oh Gott. Da oben. Boah, zwei Stück gleich. Schieß doch. Ach so. Jawohl. So sieht's aus. Ach. So ein dickes Schwein. Jetzt geht's bestimmt noch mehr ab. Oh, ein Medipack. Ich wusste es. Die pixifiziere ich. Wovon zum Teufel redet der? Ja, pixifiziert sie. Bam. Bam. Oh nein. Wo ist der? Wo ist der? Ja, der ist ja irgendwo da oben. Ach nein, da ist er. Ah, jetzt ist schon zu spät. Jetzt kommt wieder Verstärkung. Hier, Mann. Was ist das? Ei. Bleib mir. Von der Pelle. Boah. Daneben so. Okay, ich geh mal weiter. Ich seh zwar gar keinen einzigen, aber... Boah, vielleicht kann ich jetzt auch ein bisschen kämpfen. Das macht mir mehr Spaß hier, als die dauernd abzuknallen. Kabom. So sieht's aus. Fokusattacke aufgeladen. Was war das denn jetzt? Meermex, keine Wange. Die pixifiziere ich. Ja. Wovon zum Teufel redet der? Er pixifiziert sie. Scheiß tust du. Komm. Und noch einmal. Kabom. Mist. Ist da rüber. Diesmal springe ich nicht da hoch. Da oben ist der. Kabom. Jetzt... Wo ist der? Der ruft Hilfe und ich seh ihn nicht. Das ist doch beschissen, ist das. Hopp. Ja, 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 ja. Ich brauch erstmal Munition hier. So, jetzt kann ich mich um den hier kümmern. Oder um den hier. Und noch einmal. Tschüss. Erstmal bin ich besser. Öh. Fest das. So sieht's aus. Runter. Boah, da sind noch mehr. Ja, 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 ja. Hier. Den hier lähmen. Und den hier lähmen. Und... Boah, wie viele den hier lähmen. Na, komm schon. Ich muss ihn treffen. Ja, bumm. Und nochmal. Und bumm. Oh, ich hab keine Munition mehr. Verdammt. Na, hier und tschüss. Und mit dir das gleiche. Das gibt's doch nicht. Da kommt noch mehr. Das... Also. Jetzt ist auch mal irgendwann mal Schluss. Hier. Blödes. Blöder, laufender Toaster, Mann. So. Ich treffe euch auf der anderen Seite. Freu dich, Mann. Hey. Hey, hey. Was hast du gemacht? Das war wohl ein Kurzschluss. Wie kommen wir hier weg? Keine Ahnung. Ich seh nichts. Wow, hier ist es ganz schön dunkel. Riecht auch nicht besonders gut. Ich weiß nicht. Hier. Lass mich mal. Ah, er ist da hinten gucken. Hier gibt's freche Luft. Ach, halt die Kappe. Die mögen sich. Ich war hier noch nie. Macht mich ein bisschen nervös. Woher weißt du dann, dass es hier eine Energiezelle gibt? Bin schon oft rüber geflogen. Boah, ein Riesen-Mack. Der verfolgt mich. Wir stiefeln hier auf dem Riesen-Mack rum. Schau dir das an. Wieso ihm dieser Ort wohl Angst macht? Weiß nicht. Erstmal Orbs sammeln wieder. Hier sind wieder tausend Stück. Ich weiß gar nicht, ob ich da lang muss. Den muss ich bestimmt jetzt irgendwo wieder rüberwerfen und dann... Obwohl, nein. Ich geh mal da oben lang. Ciao. Vielleicht ist auch da oben eine Maske oder so. Ja! Aha, hier war mal ein Wohngebiet. Boah, Junge, wie geil das aussieht. Und abwärts. zack. Wartet, ich komme. Na los, wir sind fast da. Mehr Orbs. So. So. Was denn? Wie machst du das mit deinen Haaren? Was? Max, vor uns. Okay, die übernehme ich. Scheint eine gute Stelle zu sein. Bereit, wenn du es bist, Mucky. Ich bin immer bereit, Pixie. Und los. Oh je. Schon wieder so ein Toaster. Oh. Ja, 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 ja. Dann, dann schieß doch mal. Ah, wisst ihr was? Was ist doch das, du blödes Ding, du blödes? Schieß doch auf den, Mann. Damit die mir nichts antun können. Aua. Oh. Nein. Ich geh drauf. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mir so hilfst. Nein, 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 nein. Und. Fokus, Attacke. Nein. Falsch. Nein, nein, nein. Oh. Okay, du jetzt nur noch. Mein Freund. Ach, halt's Maul. Echt? Trink mal ein bisschen Zielwasser. Mann. Ich muss mich erst mal wieder drauf einstellen, dass ich schwer spiel. Hey, Trip. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass dich das Schicksal in der Hand hat? Ja, manchmal. Tja, ist nicht das Schicksal. Sondern ein riesen Meg. Boah. Na los, wir sind fast da. Boah, recht hat er da recht. Also, Monkey. Trinkt man das jetzt so? Oh, Mann. Ja, ich meine ja nur, das ist ein krasses Styling. Warte mal. Ich will jetzt endlich mal diese... Diese Dingen... Was hab ich denn diese Ampullen, wenn ich sie nicht benutzen kann? Na gut, meine Energie ist sowieso schon wieder voll. Meine Ausdauer und alles so verbessert. Also, hier wäre die Energiezelle. Hm. So ein Glück. Das Ding liegt da. Einfach rum. Ja. Unbewacht. Also soll ich... Sie holen, ja. Ja. Okay. Das stinkt doch bis zum Himmel. Oh, eins noch, Monkey. Was? Pass auf das Rhino auf. Auf das was? Das Rhino. Oh, oh. Scheiße, was zum drücken, ihr Schatz? Oh, ha. Ein Rhino. Na, toll. Oh, Glow disaktiviert. Alles klar. Jesse, warum zur Hölle hast du das gemacht? Höch dich ab. Ich will es nur erschrecken. Mh-hm. Ich bin schon keine Bange. Auf meine Kosten. Jemals blind rauskomme, mache ich Sicken aus dir, Pixi. Hahaha. Das hätte ich auch mal gesagt. Wow. Boah, das Ding ist schnell. Wie soll ich das kaputt machen? Mein Glück. Wie soll ich hier? Wie soll ich denn von dir? Ach, halt die Klappe, du Fettsack. Schieß auf die Bauen. Uah. Aua. Boah. Ich versuch's. Verdammt. Wo ist die Bombe hin? Uah. Alter, ich bin hier Komm schon Werft doch noch eine Bombe Verdammt Aber jetzt Komm, 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 komm Shit Boah, war das knapp So sieht's aus Das Ding ist überall gepanzert Wo soll ich denn das treffen Oh man Jetzt ist es erst richtig böse Okay, okay, okay Komm her Boah Jawoll So sieht's aus Ich kann's nirgends treffen Nirgends wird mein Ziel rot Oh Hey, das war doch nicht so gemeint, man Da ist noch eine Komm Putt, 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 putt Kabumm Naja, geht doch ziemlich einfach Komm, steh auf Wieso denn das? Wow Boah, wieso ist denn hier jetzt so Zeitlupen mäßig, man Oh Komm schon, komm schon, komm schon Was machst du denn jetzt? Monkey, bring es dazu, den Brenner anzugreifen Aha Aha Monkey, tu das Monkey, tu das Komm doch hier runter Und kämpf ein bisschen selber gegen das Vieh Hey Bin hier Wow Fuck Das hat mich erwischt Boah, echt, diese Zeitlupen-Modus Ja Oh Oh, toll Da oben Wieso, du hast ein scheiß Gewehr Schieß drauf Wow Fuck Okay Okay, okay, okay Woah Fuck Noch ein Schuss, das müsste reichen Okay, ich probiere es Ich muss nur aufpassen auf den Reno Jetzt Schieß doch Boah Das kann doch nicht wahr sein Ah, noch ein Er klemmt Okay Er ist unten Huhu Ich bin hier Wow Okay Wie viele Schüsse habe ich noch? Zwei Okay, jetzt drei Alles klar Energie habe ich auch ein bisschen gesammelt Komm her, du Dicker Ich bin hier Kabom Nein Boah Okay, das war nichts Jetzt hier Ich bin hier, komm Komm Hahaha Das war's, mein Freund Jetzt noch einen Wo soll der sein? Wo soll der hochkommen? Ich helfe dir Na dann Die Mine Alles klar Ich bin hier Uah Okay, und nun jetzt Schuss Jetzt muss ich hochklettern Ja, ja Bin schon auf dem Weg Bin schon auf dem Weg Huah Boah, das Reno ist echt böse Ja, ich weiß doch wohin Schneller, schneller Kletter Zack Das sieht aber nicht sonderlich stabil aus Wenn es Reno die ganze Zeit dagegen kloppt, ist mir das klar Okay, ich bin oben Ja, voll Yeah Monkey, der Reno-Killer Hättest du dir bitte mal hier oben zu? Höh Höhöh Ich kann doch was nicht schaffen Ich hab mit Trip gehaselt Sie meint, wir wären bloß Freunde Ich weiß, was das heißt Lack, aber halt in den Kopf verdrehen Keine Ahnung, wovon du rierst Wenn du ein bisschen Grippe hättest Würdest du kein Mädel anmachen, das gerade sein Vater verloren hat Ah, das ist also deine Masche Ich fühl dich zum Hausschwein Ist doch irre Jawohl, irre schlau Nein, nein, so dumm Oh 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 man Warte, Trip, ich komme Ich beeil mich Ja, behalte dich Komm schon Oh, diese scheiß Speed-Dinger Komm schon, schneller, Mann Das gibt's doch nicht Schneller Oh, fuck, Alter Ui, Junge Alter Oh, ich hasse sowas Ich mag sowas gar nicht Oh, überhaupt nicht Ja, ja, ich bin doch schon da Woop Trip Scheiße Trip, ich komme Kreis Ja Feuerwerk Was ist das denn? Oh ja Das ist es Wir können loslegen Das Sklave Das Einauge Und das junge Mädchen Gegen die mächtigen Sklavenhändler Ein tolles Ja, ein fliegender Bus Geil Oh man